So meine Herren und Damen der Sonne, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo. Und ihr seht schon hier, es handelt sich um den dritten Ableger der Watch Dogs Serie, Watch Dogs Legion, liest man hier großflächig. Wir haben endlich, nach langem langem Warten, einen Release Termin für dieses Spiel. Es kommt raus am 29.10.2020 für die Plattformen PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X und Xbox One. Und zudem hat der Director von Xbox, Phil Spencer, nämlich bestätigt, dass alle Besitzer, die die Xbox-Fassung kaufen, die Xbox Series X-Vension von Watch Dogs Legion kostenlos bekommen. Lange hat es gedauert. Es hätte ja ursprünglich im März erscheinen sollen. Es ist aber nicht erschienen. Es wurde ja dann auf unbestimmte Zeit verschoben. Wegen Corona musste man jetzt nicht, wann es erscheinen soll. Viele haben ja gemunkelt, dass das Spiel ein Next-Gen-Titel ist für die Playstation 5 oder die Xbox Series X. Dass das quasi ein Exklusiv-Titel wäre für die beiden Plattformen. Dass das erscheint, wenn die beiden Konsolen erscheinen. Das, wie man lest, stimmt tatsächlich nicht. Außer sie verschieben es nochmal. Das weiß ich nicht, hoffe. Ihr habt ja Watch Dogs 2 wahrscheinlich schon gesehen bei mir auf dem Kanal. Und Watch Dogs 2 ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Und wenn wir nur die Story gespielt haben, kann ich nur empfehlen, wer die Zeit überbrücken will, bis Watch Dogs Legion rauskommt, der kann sich gerne unser Projekt Watch Dogs 2 anschauen und sich daran erfreuen, mit Markus Holloway durch San Francisco zu streifen. Und in Watch Dogs Legion ist ja klar, wo wir sind. Nämlich in London, wo Albion die Macht übernommen hat. Ja, darum geht es in diesem Spiel. Viele sagen, das Spiel könnte richtig, richtig geil werden. Aber Watch Dogs ist endlich da angelangt, wo ein Watch Dogs eigentlich hin soll. Dem kann ich nur zustimmen. Watch Dogs 1, kann ich jetzt im Groben sagen, hat mich nicht wirklich überzeugt, obwohl es gut war. Watch Dogs 2 hat noch meine Schippe draufgelegt. Obwohl das Spiel sechs Jahre alt ist, hat mich das Spiel gutesgehend überzeugt bis heute. Ich habe ja die Xbox One X Version da, also die optimierte Version für dieses Spiel. Die grafisch aufgewertete Version. Und kann sagen, mir gefällt es. Und ich hoffe, euch auch. Und ihr seid um 29.10. am Start. Ihr wisst ja, ich habe die Collectors Edition bestellt mit der Maske als Figur, einer Steelbook und so weiter und so fort. Ihr könnt das Spiel ja weiterhin vorbestellen bei Ubisoft im Store. Ja. DeadSec ist in dem Spiel wieder vertreten. Bloom ist vertreten. CTOS ist wieder da. Ist alles wieder da. London ist ein Überwachungsstaat geworden. Und das müssen wir natürlich unterbinden, dass das so bleibt. Ich kann jetzt nicht viel zu sagen. Es gibt zwar gutes Gameplay, aber leider kein deutsches Gameplay. Ich habe es selber nicht gezockt. Ich hoffe, sie halten sich an diese drei Tage vorher Version. Und ich kann das Spiel drei Tage vor dem Release spielen. Hier lesen wir es. 29.10.2020 Xbox One, Xbox One X oder Series X, sorry. Also für die neue Generation der Xbox-Konsolen. Ich bin gespannt, wie das Spiel ist, wie es grafisch ist. Und ich kann es nur noch sagen, wenn ihr Bock habt und mit mir Watch Dogs zocken wollt und Watch Dogs Legion auch genauso feiert wie ich. Dann bleibt auf diesem Kanal auf alle Fälle am Start. Falls sich in der Zwischenzeit zu Watch Dogs Legion nochmal was tut, dann werde ich da nochmal was zu sagen. Dann mache ich dann natürlich nochmal für euch ein Video. Diese Infos, wie der Release, wurden ja auf dem Ubisoft-Forward-Event angekündigt. Ich habe das Event ja gesehen. Das ging über zwei Stunden. Ich glaube, zweieinhalb Stunden ging das Projekt. Ich habe auch einen kurzen Ausschnitt gestreamt bei mir auf dem Kanal. Hauptsächlich zu Watch Dogs. Es wurde ja auch Far Cry 6 angekündigt. Dazu ist auch noch ein Video da. Könnt ihr euch gerne angucken. Verlinke ich, wenn ich es nicht vergessen sollte. Ja. Und wie immer. Ja. Mehr kann ich jetzt dazu eigentlich nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass das Spiel geil wird. Genauso wie Far Cry 6. Das kommt ja erst im kommenden Jahr. Wann genau? Schaut euch mein Video an. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt schon gehypt auf Watch Dogs. Ich liebe Watch Dogs. Vor allem den zweiten Teil. Der hat mich mega, mega krass überzeugt. Zwar trotz Versparschen hat mich das Spiel gut überzeugt. Mich würde jetzt hier an dieser Stelle trotzdem noch euer Eindruck interessieren. Und wie findet ihr Watch Dogs Legion? Freut ihr euch, dass es jetzt doch im Oktober erscheint? Also bald in zwölf Wochen. Wenn man so will, sagt es mir in den Kommentaren. Gib dem Video einen Like, ein Abo, ein Kommentar. Ja. Da kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen. Weil mehr weiß ich zu Watch Dogs aktuell nicht. Schaut euch Watch Dogs 2 auf alle Fälle an, wenn ihr Bock habt. Habe ich glaube ich schon oft genug erwähnt. Ansonsten natürlich unsere anderen Projekte. The Last of Us läuft ja noch. Ghost of Tsushima kommt bald. Und ich hoffe, ihr seid auch bei diesem Projekt. Wie diesem hier. Bei Watch Dogs Legion. Far Cry 6. Vielleicht mache ich vor Far Cry 6 noch das Let's Play zu Far Cry 4. Dann überlege ich mir noch, ob ich das mache. Mal schauen, wie ich Lust drauf habe. Ich habe noch einige Projekte in Planung. Ja, Assassin's Creed. Weiß ich noch nicht, ob es kommt. Kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ich habe das Gameplay zwar gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich es spielen werde. Ich weiß es noch nicht. Wartet einfach ab. Vielleicht kommt es noch auf diesem Kanal. Da kaufe ich mir aber nicht die Collectors Edition. Weil die gefällt mir nicht so arg. Habe ich schon mir angeschaut. Die Collectors Edition hat mir nicht wirklich gefallen. Bei Watch Dogs. Bei Watch Dogs. Die habe ich ja vorbestellt. Von Assassin's Creed Valhalla. Aber ich möchte mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Und euch fragen, wie euch das Spiel gefällt. Und dass es jetzt doch noch erscheint. Was sagt ihr zu diesem Setting? Ich möchte mich schon mal von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid trotzdem wieder am Start. Bis bald. Das war ja. Sucker. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 And I realised, that eventually, it would come for me, and there would be no one left to speak for me. Get inside! Jesus! Right! Oh, Christ! Where are we off to, sir? It's time! I'll show you the way! Okay. Sorry, Miss. Jesus! Alright, so we're in a total mess now, so let's get the hell out of here! I just think you don't hear nothing about it. A few fellows. And there's nothing more debilitating than that. Why? Not to be able to do what you're passionate about. After a long night, London is in chaos. The main arteries for the city are blocked. Hundreds of heavily armed Albies. Well, well, well. Welcome to the resistance. Here's a welcome gift for our new members. But the disappearance of the criminal... You could have told me it was a bloody costume party. Try it on. The new key suspect has been identified as David Ford, a 43-year-old London taxi driver. He has no criminal record, but is currently believed to be a terrorist. People have been asked not to approach him. The authorities advise all residents... ... 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